Du was Nützliches findest. Ja, was ist? Entgleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, scheiße. Halt, was? Jill? Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Ich wusste mich nicht. Oh, Gott. Ich bin open. Ich bin通 gi 120 Wassern. Ich will nicht lajes Wemel currently. Ich bin überzeugt, ich bin ein. Junge zu 11, Relax. Ich bin langsam inbound. Ich bin ede Engel. Jemand. Hab etwa nur ich überlebt? Au. Au. Carlos, bitte komm. Carlos! Verdammt, hab mir keinen Empfang. 22. . . . . . Das war's. 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 Okay, dann mal los. Verrenke! Carlos, bist du noch da? Komm schon, wo du kitzst den Geist auf? Dann noch mal. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bringe sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hol dir diesen Impfstoff. Du wirst... Nein, halt durch. Ich bin unterwegs. Verstanden. Carlos over. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Was ist das? Was ist das? Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten! Öffnen Sie die Tür! Stimmenmuster nicht erkunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi ist es das denn? Stimmenmuster ist das denn? Stimmenmuster ist das denn? Stimmenmuster ist das denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017